heute gibt es wieder ein unboxing von mir und zwar ich hatte auf instagram gepostet dass wir auf einem flugfeld waren und da richtig schön die sau rausgelassen haben ja eingeladen wurden wir von röderfeuerwerk und zum schluss haben wir hier so ein schönes überraschungspaket bekommen und ja das möchte ich mit euch jetzt gemeinsam auspacken einmal haben wir hier die cobra mini dann das römische lichterbündel blau von röderfeuerwerk sind also römische lichter zusammen zu einem bündel wie der name schon sagt und ja in der farbe blau gehalten dann haben wir hier was ganz schönes und zwar ist das pyrotrade rfs 60 rauchfackel mit schlagzünder dann hier die röder titansalut also salutbombenrohre mit einem kleinen feuertopf es geht weiter mit dem pyrotrade eldorado super performance fountain also es ist ein riesen fettes ding ist auch sehr sehr schwer aber jetzt kommt das teil hat nur 60 gramm nem ist ein bisschen wenig finde ich 60 gramm für so ein riesen teil hoffentlich nicht wieder eine mogelpackung aber das wird der test dann zeigen dann haben wir hier die röder big shot die mega shot die röder mega shot vier verschiedene 30 millimeter bombenrohre es geht weiter mit der pounding napalm kennt ihr bereits habe ich ja schon test hochgeladen dann hier zwei schöne piromax batterien einmal die pyro zone mit 15 schuss und dann haben wir hier noch eine von piromax die ring oder ring mal etwas eine batterie von tropic das ist die tropic magic klingt so als würde die mit einem drehenden schweif aufsteigen und dann hoffentlich schön lautstark zerlegen dann hier wieder die schönen cobra baller die hatte ich ja unter anderem auch auf dem flugfeld getestet und sind wirklich sehr sehr gut da freue ich mich jetzt umso mehr dass ich hier gleich noch je eine packung einmal mit reibkopf die 6r und einmal die normalen bp silber mit normaler zündschnur jetzt hier eine riesige fächerbatterie von pyro trade ja nämlich pure trade pyro produkt von pyro produkt also 36 schuss und der brokat to silver mine silver glitter waterfall also eine schöne leise batterie auch richtig richtig geil hier ist eine weitere fächerbatterie und zwar die röder cross set fächer das besondere ist dass diese batterie rote grüne orange blaue und purpurne cross set sterne hat entweder jede reihe verschiedenfarbig oder kunderbunt durchgemischt das wird dann der test zeigen hier ist noch eine cross set batterie von röder diesmal pinke cross set sterne mit silberschweif richtig gut 437 gramm nem und hier haben wir noch eine batterie von geisha the fugazi klingt auf jeden fall mal ganz nett 32 schuss 330 gramm nem und hier nochmal der gesamtüberblick von diesem überraschungspaket ist wirklich jede menge feuerwerk zum testen und ich habe mich wirklich riesig gefreut an diesem tag diese böllerei auf dem flugfeld ja einfach noch mal ganz herzlichen dank an dieser stelle an röder feuerwerk die uns dieses ermöglicht haben und auch natürlich auch noch mal herzlichen dank für dieses überraschungspaket ich hoffe euch hat das video wieder gefallen lasst einfach ein like da lasst netten kommentar da und pyrus wir sehen uns bei den nächsten videos